Wir zählen gemeinsam, liebe Leipzigerinnen und Leipziger, liebe Gäste, den Countdown von 5 herunter und wir beginnen bei 6. Also, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ende Marsch! Ja, ihr müsst eure Enten schon ein bisschen anfeuern! Ente! Leipzig wird an einem Tag zu Entenhausen. Wir sind nah am Wasser gebaut. Jetzt stehe ich hier auf dem Wasser, kriege noch Anschiss, Frau Sabine. Dann kommen Sie doch vor. Wir sehen, dass die Enten sich hier... Und es treibt die Enten in Richtung Zieleinlauf. Also, es sieht nicht so aus, als ob sich die Enten hier bewegen würden, nicht? Mir wurde mal gesagt, dass das hier bis über eine Stunde gedauert hat. Das glaube ich nicht. Ich denke, in den nächsten 5, 6 Minuten werden wir die Enten hier zum Zieleinlauf kleben können. Da hat sich, wie gesagt, die mit dem blauen Schnabel abgesetzt.